Kaufen. Kaufen. Erste Hilfe? Nee, man kann nur Schaden und so weiter verbessern. Achso, okay. Fertig. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. Inventar, genau. Kräuter, grün, oder ist egal, ne? Einfach mal nehmen. Na, rot und grün gibt mehr. Ja, muss ich erstmal kombinieren, oder wie ist das? Ich bin wenig. Achso, kombinieren, genau. Kombinieren mit grün, sagst du. Und klar. Na, rot und grün. Und, benutzen. Schau mal an! Das Haarspray! Jetzt sitzen die Hache wieder gut, weißt du? Okay, looten, sagst du. Wo sollen wir denn hier looten? Ja, jetzt gibt es nicht mehr zu looten, scheiße. Vorher war hier nur alle voll. Ey, mein Maus wird die Geschwindigkeit jetzt zu lang ran. Hallo, die schreit mir gerade. Nächste Runde! Nächste Runde! Ah, nee, du. Ja, jetzt können wir uns aber in Ruhe mal umsinnen. Vielleicht gibt es aber noch Hinweise und alles, ne? Was denn das? Okay, nix. Kannst du Lordi Bescheid sagen hier? Ich komme so schlecht ins Rang hier. Was Bescheid sagen? Dass wir hier in der Aufnahme sind. Ne, jetzt ist alles leer. Ja genau, ich bin die Runde gegangen und dann war ich da im ersten Stock. Was du da auch schon? Wo ich dann zuerst hingelaufen bin. Ich hab gedacht, das ist zu Ende, da. Das ist die Welt. Ich bin die Weekend. Du, ich bin die so dann habe ich gedacht da hinten geht es irgendwie weiter wie doch man kann von hier ich blindfisch du mensch ich blindfisch okay was gibt es denn hier obwohl ich habe versucht wie jetzt da macht den ganzen weg für nix hier hoch gibt es hier wirklich nichts lieber eine seilbahn und gar nichts eine handgranate ok eine handgranate ich hoffe die taucht noch was noch eine handgranate ja ich muss mit der steuerung also mehr wir das spielen so besser werde ich aber ich bin immer gewöhnt dran so was haben wir denn was ist denn die aussicht hier nein 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 ich weiß ich weiß so komme ich dann hier auch schnell wieder runter irgendwie ich habe gedacht hier vielleicht so stand man so hier okay also wieder runter hat zwei handgranaten immerhin ich muss mal gucken ob ich ein gamepad spielen könnte irgendwie ein gamepad kann man auch spielen ja aber jetzt habe ich keine lust das umzustecken und alles ja warte mal wo müssen wir denn hin wo ist denn die sparbüchse wo ist denn du bietchen okay okay was ist das denn hier richtig oder gehe ich schon wieder falsch drück mal m was hast du das gehört das war da unten da das war schon wieder da ich gehe mal hier runter ich will wissen was das ist was habe ich jetzt hier ein secret Nicht dass hier jetzt ein Schocker kommt Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh, ich hasse dich Ich hasse dich Ich hasse dich Oh Gott, ich hab voll den Schocker gekriegt Vor allem denke ich so nicht, dass jetzt hier so So aller Dead Space hier So was hochkommt Und auf einmal kommst du um die Ecke Nee Oh Gott, ich mach das Spiel gleich aus Die Pumpe radert schon, weißt du 180, weißt du Mensch, Tobi, Alter Irgendwo hab ich jetzt ein graues Haar von dir Okay, dann lass mal sehen Lass mal sehen hier, also wieder hoch Wie gesagt, wenn der Endfluss hast, du denkst, du oben die Map Dann weißt du, wo der Endfluss Ja, nee, das hab ich mit Kuh Kuh find ich ganz gut Geht mit Kuh Ich folg dir einfach mal, hä? Schätzte dein Mit Kuh, äh, kannst du Blick auf Du's machen Richtig, und dann sehe ich auch die Karte Ja, drück mal Ende, du wirst du permanent eingefänden Ich hatte voll Ich hab voll mich erschrocken Du weißt, ob du da lang gehen kannst und du nicht Alter, ich hab mich echt gut erschrocken eben Oh, das haben wir da auf der Aufnahme, ey, das unplugged, sag ich nur, unplugged Ey Warte mal, warte mal, wir verlo- Ja gut, da ist ja nichts Draußen ist nichts Ah, King Dingeling's Wessel hier Warte, Schubladen, du hattest ja auch irgendwas mit Schubladen gesagt, ne? Guck, da macht er wieder die langen Finger, weißt du? Was, ich bin immer wieder hier Ja, so Ja, Moni ist für dir Au, ja, Moni Und das ist die Moni Was ist denn hier? Was ist denn das, äh, ist das Zeitung, oder was? Zeitung Okay, Propaganda, uh, Zettel Ne, ist nicht zu nehmen, okay Ich dachte, das wäre hier so ein versteckter Hinweis und so Na denn, los Lass mich raten, wir müssen die Leiter reparieren, oder wie? Ne Doch, müssen wir Ach, zu zweit schon, ja! Ich guck dir unterm Rohr, komm her, komm her, komm her! Hey! Ach, voll Och! Aber weißt du was? Du hast so mit Absätzen, weißt du, mit 10 Cent Absätzen hast du Und jetzt hab ich, jetzt hab ich da ein Loch im, äh, in der Handfläche, du Ach, Quatsch, meine Handbeine sind aus Stahl, ey So Ich wette, du musst Oblak- Ja, wie komm ich da rein? Warte Was ist das? Also Also Du musst wieder runter, oder? Ne, ich glaub, du musst da was machen Was ist das jetzt? Feind oder Freund? Ich versteh nicht, was ihr da macht, aber egal Das hat Es geht 5 Und das